ich grüße euch freunde willkommen zurück bei saints row und dieses mal die trophäe abriss hierzu würde ich euch ebenfalls empfehlen helikopter diebstahl zu machen gerade die letzten davon wo leute kommen und ja da habt ihr nämlich gleich gegner an sich und damit den abgeschleppten seien könnt ihr einfach so rüberziehen und ja ihr seht habt paar leute ineinander mit weghauen wie gesagt am besten im heli diebstahl in den letzten wo gegner sind besucht mich auch auf instagram und twitch die links findet ihr in der beschreibung